Okay, let's go, ja. Was? Das Scout-Outfit? Was? Das Scout-Outfit hat sich vielleicht schon gegönnt, digga. Ist nicht, digga, so viel. Ja. Schau, Jungs, ich mach wieder. Taktik. Ja, digga. Schau, schau jetzt, schau jetzt, schau jetzt. Ah, scheiße. Boah, der eine, der wurde richtig ins Jenseits gehauen. Oh, ich hab verkackt. Ich hab die Taktik verkackt. Ja. Oh mein Gott. Junge, ich werd komplett rumgeboostet. Boah, ich muss fast noch rauskommen. Ach so, die Hälfte kommt durch. Ja. Klettert ihr da eigentlich immer hoch, oder nehmt ihr die Blöcke? Ich klettere hoch. Ey, das ist viel zu langsam. Nimm die Blöcke, Double Jump, vertrau mir. Ah, ne, ne, ich hab Block genommen. In der Mitte? Ne. Muss halt rechts. Was? Hast du einen euren Kreis? Hold up, wait a minute. Something ain't right. Ah, ich bin raus. Ah, ne, warte, noch nicht. Du hast Checkpoints. Nicht aufgeben, immer weiter machen. Ich hab's, ich hab's. Nein. Immer weiter machen. Nein. Ja, ich bin auch. Ah. Ich hab's auch. Schau, hier kann man Leute abfacken. Bleib mal draußen, bleib mal draußen. Komm, lass uns hier so Leute abfangen, weißt du? Schau, ihn hier zum Beispiel. Den hier, komm, halt mir fest. Den hier, den hier, den hier. Den, halt dich fest, halt dich fest. Nein, der läuft durch. Oh, jetzt müssen wir aber rein. Holy shit. Das ist jetzt aber Klaus drin hier. Nein, ich bin runter gemein. Ah, wir sind rot, sehr gut. Rot sind mal gut. Jungs, schieb den Ball. Ach du Scheiße. Auf blau? Ja, wir müssen grad blau holen. Ey. Du willst einfach, einfach die Balls zu euch ins Feld, aber heile. Lass von den gelben rippen, die haben drei. Zuhause. Ja, blau gerade auch. Digga, ihr habt nur einen. Ey. Wir haben null. Ein. Kann man schubsen? Ja, greifen kannst du. Äh, schubsen mit Hechten. Und du kannst, du kannst mit dem Hechten gegen so Leute irgendwann. Ja, er fliegt raus. Bulls. Ja, wir werden so rauskriegen. Nein, nein, kommts. Jetzt zieht durch. Auf blau, ich bin bei blau. Das kann man noch immer machen. 30 Sekunden. Ja, ja. Ich hab einen Ball geholt. Ich hab einen Ball geholt. Der verlier grad. Ja, auf blau. Blau hat zwei nur. Hauptsache nicht, sie müssen nicht mal zu uns gehen. Die Bälle. Einfach weg vom Blau. Ja. Ich helfe Gelb einfach. Äh. Oha, alter. Digga. Ja, wir haben Hacker in der Lobby. Ja, moin. Seht ihr in der roten? Mhm. Und nein, der hat die. Ja, seht ihr das? Alter, schaut. Ja, der packt den Hack kurz. Er dachte sich so, ey Jungs, wir haben null. Jetzt kurz mal Hack auspacken. Kurz mal Hack aus. Schau, wie schnell er ist. Alter, was ist los mit dir? Er hat so einen Normal-Skin hatte der. Also, entweder 1, 8, 1, 9. Oder 16, 8. Ich bin das, ey. Achso, warte, ne. Ah, Patrick, hallo? Pfff. Pfff. Okay, jetzt schau, einer von denen hackt gleich. Ich sag's dir. Der sprintet gleich direkt los. Ja, halt. Oh, was? Zwei? Zwei? Habt ihr jetzt beiden gesehen? Beide? Ja. Digga, wie dreist. Kann man sein? Ey, ich verkackle. Sie fliegen einfach ins Ziel, Alter. Warum sollst du denn so ein Spiel hacken? Ist halt wirklich so, alter Junge. Ist so dumm, Alter. Nope. Ist halt auch traurig einfach. Nope. Ey, ich komm hier nicht rüber. So, jetzt. Ey, Michi. Es geht ab. Kurz festhalten. Ey. Oh, wie schlecht. Okay, ich. Was mach ich? Hier gibt's auch so paar Abkürzungen, Michi. Oh. Oh mein Gott, er will festhalten. Er hält fest. Er hält fest. Der Grüne, oder was? Äh, ne, 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 ne. Mit Stirnband. Schau. Michi, pass auf. Der hält fest. Da musst du aufpassen. Alter. Oh je, jetzt will er nicht mehr festhalten. Ja, ja, ja. Er hat mich gesehen. Genau. Was kann man? Sprinten? Ne. Ne. Hä? Ich zeig dir die Rolle. Ey, Jungs. Ist ein bisschen zu wild, finde ich gerade. Ey, ne. Jetzt kommen hier so tausend Leute. Ne, 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 ne. Ihr könnt das ohne mich machen, Alter. Oh mein Gott. So, jetzt. Jetzt komm ich. Der hier will ich immer in Ruhe bewahren, Alter. Hier bin ich so oft schon runtergefallen. Oh. Oh mein Gott. Oh, ich bin da. Komm, das haben wir, das haben wir. Jungs, ich, ich, ich. Der Patrick. Nee, du bist nicht raus. Ja, ja. Warte, ich. Patrick, ich hab Angst. Oh, Patrick auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's gesehen. Warte, 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 warte. Ich komm, ich komm wieder. Alter. Ich hab's geschafft. Ich komm wieder, ich komm wieder. Alter, ich hab so einen insane save gemacht vorhin. Das glaubst du mir gar nicht, Alter. Ich komm wieder, ich bin wieder. Ich bin wieder, ich bin wieder back. Ich seh dich, ich seh dich. Ich bin wieder back. Ja, ja, ja. Ja, schaffst du, schaffst du. Ja. Nein! Was geschieht? Oh mein Gott. Hä? Es waren zu viele im Ziel schon. Ach, scheiße. Oh mein Gott, Digga. Ey, seht ihr die Grünen? Das sind alles Hacker. Also ich glaub wirklich alle. Alle drei. Außer dir. Die sind aber straight losgeflogen, gell? Ja, ja. Ja, okay, hier könnt ihr einfach fliegen, Alter. Oh ja, können sie nicht hacken. Doch, klar. Die fliegen einfach. Ja. Also halt über den Digga, nur gut ist. Die bleibt da stehen. Oh, die Wix. Aber wer gewinnt denn dann von denen? Ja, keine Ahnung. Egal, vielleicht gewinnst du auch. Vielleicht bist du besser als die. Ja, Alter, ich werde einfach gegen den Hacker gewinnen. Let's go. Aber ich schau jetzt den Grünen einfach zu. Schau, die fliegen gleich so hoch. Ja, zack, einer hoch. Der andere auch. Okay, der eine. Ich springe die ganze Zeit. Der eine ist gerade auf K. Wichtig. Sehr wichtig. Ja, er fliegt auch. Der fliegt auch. Ey, wie hoch der fliegt? Wie hoch aber auch? Ja, ich kann's grad nicht sehen. Das ist... Boah, wie hoch, Alter. Da sollte man direkt einen Report-Button haben. Eigentlich schon, gell. Okay. Einfach direkt weg, bahn. Mit gar keinen Reden auch und so. Da sollte jemand einfach unten reinzuleben in den Reden oder sowas. Einfach noch zu lassen. Ja, safe. Oh, Jungs, passt zu. Oh, Jungs, passt zu. Oh, Jungs, passt zu. Oh, Jungs, Rüber, rüber, rüber. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Ja, okay, warte, egal. Ich will jetzt schauen, was die machen. Weil, eigentlich, eigentlich... Warte, zuschauen. Der eine ist close, aber der andere, schau mal, wie hoch der ist. Alter. Der lässt sich grad fallen, der lässt sich grad fallen. Ja, ja. Aber er fliegt gleich wieder hoch. Schau jetzt. Jetzt tritt er wieder hoch. Hey, das ist doch so asozial. Schau dir den an, Alter. Du hast der eine, der ist irgendwie unten, oder? Ja, der ist... Nee, nee, der macht so... Komische Sachen macht der, Alter. Nee, der ist so hoch, dass er die Map nicht mehr sieht. Ja, was ist los mit ihm, Alter? Digga, was? Da also der eine ist noch ein entspannte Hacker. Der fällt grad runter, der eine? Der Hacker, der da ganz oben ist. Da wo blau ist, oder wo so türkis ist? Wo blau ist. Achso, es gibt zwei, es gibt zwei von denen. Der eine ist in einer anderen Dimension. Es gibt zwei von denen. Alter, wie asozial. Schau, diese noch gegeneinander, die drei. Ja, nee, lass raus, das ist da... Da macht's einfach keinen Spaß, zuzuschauen. Das ist halt behindert. So ein Scheiß, Alter. Da passiert halt nichts raus. Ja, nee. Da schau ich lieber Tobi ne halbe Stunde zu. Ja, das ist ein Scheiß.